Ich bin nicht bereit und bedenkt, ich bin es wirklich nicht. Aber was soll's. Ich bilde die Garten. Es gibt niemanden, und es ist der schnellste Weg in. Aufstemmen. Na gut. So. Yeah. Yeah. Ha 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 ha. Ich habe die Garten öffnet. Darf ich versuchen, es zu fixieren oder zu schützen? Nein, schade es. Okay, dann. Okay. Nachforschungen in Wappity Meadow anstellen. Oh! Au! Ach schön. Das war mal wieder lustig. Was, Report Beasting? Ich wurde von einem B. Okay. Ist das es? Ja. Hat es, hat es weh? Ja, ein bisschen. Okay. Ich bin, ich bin sorry. Ach, äh, äh, na, ist, ähm, einfach wundervoll. Wundervoll schön. So, okay, ähm, lesen. An das Personal von Wappity Station. Dr. Simons befindet sich vom 15. August bis 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für gif für regierungseigene technische Ausrüstung ist Kate Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen und Verstöße sind umgehend zu melden. Okay. Nehmen wir gleich einmal mit. Warte, aber das können wir nicht mehr schließen. Alter, wie auffällig. Mann, 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 ihr Programmierreihe. Ach ja. Hier raschelt doch die ganze Zeit. Ach, es ist immer nur der Wind. Wow, weia. Ach du Scheiße. Na geil. Hopp. Ja. Naja. Das wäre auch mal geschafft. Oh Mann, Alter, diese Musik. Was ist, wenn von hinten jetzt irgendjemand, äh, angelaufen kommt? Ne. Außerdem mit dem Controller ist man viel zu langsam, um sich rechtzeitig umzudrehen. Es geht dann mit der Maus viel besser. Aber ich wollte es für dieses Display mit dem Controller machen. Also es ist schon das PC-Spiel auf dem PC, aber ich spiele mit dem Controller bei manchen Spielen, weil es einfach gemütlicher ist. Halt eben bei gemütlichen Games, wie zum Beispiel Life is Strange oder das hier oder so, ne. Na nö, was ist denn das? Das ist schon ein bisschen creepy, ne? Da unten ist ja noch etwas. Geht's hier weiter? Ne, scheint hier nicht weiter zu gehen. Oh fuck. Alter, wie das episch jetzt einfach nur aussieht. Oh, Schmetterling. Hehe. Oh, das sieht gerade so epic aus. Oh, they're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Who knows what else they're up to. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There's wires all over the place. So, I don't know, I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. Und hier ist das Zelt. Oh je. Oh je, ich habe keine Lust da rein zu gehen, weil ich weiß ganz genau, jetzt wird gleich was passieren. Er speichert. Hier blinkt etwas da drin. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orientering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Uh, okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Interessant. Wenn ich in diese Richtung schwenke, dann piept er schneller. Und jetzt wieder langsam. Das heißt, da drüben ist natürlich irgendetwas. Alter, der piept ja wie verrückt. Aber bevor wir da natürlich irgendwas nachschauen, schauen wir da zuerst mal nach. Oh, I just wonder where they are. All of their stuff is here. Figure out what that thing does and then get the hell out. Okay. Nudeldose, Regal mit Erdnussbutter, okay. Ich scheine hier ausreichend Lebensmittel zu haben. So, alter, Feldbett. Hallo? This place sleeps three. They've got a row of cots here. I want to know what that thing finds. Look, you should get out before they come back. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my, our, people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive, it's you? I'm not sure, but I think so. Yeah, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Das mach ich jetzt. Bin schon sehr gespannt. Ne schwarze Box, na nü. Ah, endlich hört das Piepsen auf. Ist doch nicht wahr. Are you kidding me? What, what is it? There's a folder of reports here. What do they say? There are assessments about the two of us. Gutachten. Moment mal ganz kurz. Zielperson, Henry M., Alter 39, Übersicht, Programm, Status, 1. Woche, 4., 6., 10., 25. Woche, Jahr, beobachtete Eigenschaften, entdeckungslustig, gerandlinig, reizbar, passiv, schuldbewusst, direkt, zurückhaltend, Übersicht, Zielperson, Zielperson, Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen, Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen, alles deutet auf volle Kooperation hin, Nachtrag, Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen, Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verletzt. Manipulierbarkeit 9, abgezeichnet durch Programmleiter E.G., Ach du Scheiße. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. Ja, das kommt ja jetzt. Zielperson Delilah A., Alter 43, Übersicht, oh, die ist sogar älter als wir, die hat aber voll ne junge Stimme. Übersicht, so. Übersicht, Programm, Status. 1., 4., 6., 10., 25. Woche, ja, ja, bereits schon, weil es ja schon länger hier ist, beobachtete Eigenschaften zuverlässig, trotz Alkoholismus, ja, aufmerksam, charismatisch, eigennützig, verzerrte Wahrnehmung persönlicher Vergangenheit. Relevante, beobachtete Tatsachen, war nie verheiratet, keine Kinder, geht selten wandern und verlässt ihre unmittelbare Umgebung, kaum mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung, Name Javier. Manipulierbarkeit 3, abgezeichnet durch Programmleiter EG. Und es sieht aus, wie sie sich folgen, wie ich mich herumfügt. Was ich, wenn ich mich herumfügt? Henry, du hörst mich? Siehst du und dein Freund sind noch zusammen. Was? Wir sind nicht, sie sind mit uns. Ja, okay. Sie sind. Wie sind sie denn, wie sie wissen, wie er ist? Wie der Herr ist das? Ich bin so sick von den Leuten zu tun, dass diese Leute das tun. Wir sollten nur den Ort aufbauen. Wir sollten den Ort aufbauen. Wir sollten den Ortbauen. Think about it. Worst case scenario... Delilah. What? Think about it. I am. And I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. Oh my god, Delilah. No. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Tch. Oh, so fucking wound up! Ja, ich doch auch. It's alright. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Kehre zum Wachtturm to Fox zurück. Alter, das war jetzt aber echt. Das ist vielleicht eine Aktion. Aber wieso horchen die uns aus? Wieso? Was wollen sie damit bezwecken? Pfff. Hup. Uah! Oh! Hoppala! Uah! Woah! Scheiße! Oh, shit! Yep, du sagst des. Hey, shit, the bridge collapsed, climbing out of here, and, um, now it looks like there's smoke coming from the site. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. Ah, what do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here, who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Huch. Tag 77. Ich dachte, wir müssen jetzt zurückgehen. Naja. Hat sich erledigt. So. Who is listening to you? Ja, wer hört uns zu? Das ist echt eine gute Frage. This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep, beep? Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. Alright, I'm on my way now. You know what I just picked up? Uh, no. A fifth of Major Bueno Tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Ah, Gott. Hey, Dee, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harsh in my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm going to lose my job because of the sidefire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is, I'm going to follow this wave receiver. Oh, I like it when you think. Hey, 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 hey. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Ach ja, schön. Folge dem Wellenempfänger. Funkgerät aus. Okay. Das kommt doch bestimmt aus dieser Richtung. Huch, ach. Blöder Busch. Wir sind schon ziemlich nahe. Ach, geh mal durch, Alter, hier kommt man ja nicht durch. Na nö. Na nö. Das ist es. Ah! Huh! Ah! Da! Halt die Schnauze! Alter, hab ich mich grad erschrocken. Untersuche den seltsamen Rucksack. Mal schauen, was hier drin ist. Nö. Der Schlüssel für die Höhle. Okay. D, ich habe einen Art von Supply-Bag gefunden. Lichter Camping-Gear, ein paar Klappen und Basics. Aber es war alarmiert. Ich glaube, das ist, was der Receiver macht, die Höhle zu gehen. Du bist okay? Es ist kein Schrapp oder was? Ja, ich bin okay. Aber es gibt auch ein paar Schläge hier. Ich weiß nicht, warum sie hier rauskriegen würden. Sie sagen, Shoshone National Forest, Cave 452. Ist das die in der Kanon? Ja, es ist. Wer in der Hölle hat ihn? Und was in der Hölle ist in der Hölle? Okay, okay. Wir schauen uns einfach. Ich glaube, die Frau mit der Hölle von Tequil in der Hölle. Das ist nicht ich. Oh mein Gott, geh. Ich gehe. Alter, jetzt fängt er vor allem an zu rennen. Ich bin unterwegs. Wenn ich nur wieder irgendwo hinfinden würde. Shit. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So geht's auch. Das ist so. Aber alter, wer könnte jetzt bei uns am Wachtturm sein? Wer könnte das sein? Na warte, jetzt schnapp ich mir diesen... Hundesohn. Oh oh. Speichert. Speichert. I'm headed off to our old Shoshone Where the birds and the bees won't know me Man and war won't exist no more And there ain't no gals to keep no score I'm taking all for the woods To a place where there ain't no shirts Don't need no books or ponds or the ponderosas Don't need no lady or Mary the Mariposas Can't waste no time in getting there I'll do 80 down 80 without a prayer Don't need no gal, I'll spruce up for the spruces Don't need no pal, I'll change my mood up for the mooses Headed off to our old Shoshone Where the birds and the bees won't know me Man and war won't exist no more And there ain't no gals to keep no score And if you're wondering where's my Aspen It's been corroding amongst the Aspens Don't need no grass, I'll get altered among the alders Don't need no mass, I'll grovel before the boulders I'm headed off to old Shoshone Where the birds and the bees won't know me Man and war won't exist no more And there ain't no gals to keep no score I'm headed off to old Shoshone Where the elk and the owls won't know me Where there ain't no judges to whom I gotta plead Cause I can be me in old Shoshone I'm headed off to 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 old Shoshone